Heuschnupfen kann den Alltag wirklich herausfordernd machen. Aber wusstest du, dass bestimmte Lebensmittel helfen können, die Symptome zu lindern? Wir verraten dir, welche Lebensmittel du in der Pollensaison am besten immer daheim haben solltest. 1. Brokkoli. Brokkoli ist reich an Vitamin C und wirkt dadurch auch entzündungshemmend. 2. Beeren. Auch Heidelbeeren, Johannisbeeren und Sanddorn können Symptome lindern. Ihr hoher Gehalt an Antioxidantien wirkt ebenfalls entzündungshemmend. 3. Petersilie. Das grüne Kraut hemmt die Ausschüttung von Histamin, was im Körper für die allergische Reaktion sorgt. 4. Grünes Blattgemüse. Dazu zählen beispielsweise Rucola und Pak Choi. Diese Gemüsesorten helfen nicht nur gegen den lästigen Heuschnupfen, sondern sind auch allgemein gut für unsere Gesundheit. 5. Thymian. Die Heilpflanze wirkt unter anderem schleimlösend und antimikrobiell. Besonders gut eignet sich hier zum Beispiel ein Thymian-Tee aus der Drogerie. 6. Verdammarkt. Untertitelung des ZDF, 2020